Ich hatte wieder heute einer meiner schlimmsten Tage aller Zeiten, ich konnte einfach nicht mehr. Es ist einfach so viel schief gelaufen. Ich habe einfach die ganze Flasche ausgetrunken, jetzt bin ich so betrunken, dass ich kein Auto fahren kann. Dann habe ich versucht, die ganze Flasche in meine Tasche reinzutun. Ah! Das hat einfach nicht geklappt, weil meine Tasche viel zu klein war. Dann musste ich ganz, ganz schnell meinen Körper packen, weil ich noch wegfliege. Ah! Ich hasse einfach Körper packen. Der Körper war einfach so schwer und so voll, dass ich nicht zukriegen konnte. Dann habe ich mich doch drauf gesetzt und dann ging er auch zu. Ich habe mich dann ganz, ganz schnell umgezogen, weil ich Sushi essen gehen wollte. Ich habe dieses Glide angezogen. Das ist einfach das perfekte Glide, um Sushi essen zu gehen. Dann waren wir auch schon im Sushi-Restaurant. Alle Leute haben mich so komisch angeschaut, nur weil ich dieses Glide anhatte. Ich bin nicht nach Hause gegangen und habe mich abgeschminkt. Einfach so viel gegessen, ich konnte einfach nicht mehr. Mir ist es auf jeden Fall richtig schlecht, aber bestimmt, weil ich die ganze Flasche ausgedrucken habe. Ciao!